Der RetroGames e.V. braucht Hilfe und ihr seid gefragt. Der RetroGames e.V. braucht eure Hilfe. Und falls ihr schon länger dem Kanal folgt, habt ihr ja auch sicherlich die Videos von unserem Besuch dort gesehen. Es ist eine der ganz wenigen großen Arcade-Höhlen, Schrägstrich Höllen, in Deutschland, wo man wirklich das gesamte Spektrum an Arcade-Automaten genießen und spielen kann. Es wird betrieben von einem gemeinnützigen Verein, dem eben besagten RetroGames e.V. Und die haben jetzt ein Problem und zwar müssen die nämlich aus ihrer Location ausziehen, weil der Vermieter damit irgendwas anderes vorhat und sie suchen jetzt ganz dringend neue Räume im Raum Karlsruhe. Und falls ihr jemanden kennt, falls ihr eine Idee habt, falls ihr vielleicht zufällig Räume habt, die ungefähr so 250 Quadratmeter oder größer sind, dann nehmt Kontakt auf und versucht, den lieben Leuten vom RetroGames e.V. da zu helfen. Warum solltet ihr das tun? Naja, wenn jetzt nicht Corona wäre, hätte ich gesagt, fahrt einfach mal hin und guckt euch mal die Ausstellung an und spielt einfach mal. Es ist eine unglaubliche Leistung, was der gemeinnützige Verein dort auf die Beine gestellt hat. Die haben wirklich eine riesige Auswahl an Arcades aus nahezu allen Generationen. Man kann die einfach so spielen. Man zahlt einen winzig, unfassbar kleinen Eintritt. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau, wie viel es war, aber es war auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Und es ist wirklich eine unglaubliche Atmosphäre und vor allen Dingen, es ist nahezu einzigartig. Es gibt noch zwei, drei andere Vereine in Deutschland, die auch sowas haben, aber in dieser Größe ist es wirklich einzigartig und selten. Und der RetroGames e.V. steht eben jetzt vor der großen Herausforderung, dass wenn sie keine neuen Räume finden, sie wahrscheinlich das Ganze komplett einstellen müssen, weil sie müssten jetzt die Automaten irgendwo einlagern, dann müssten sie natürlich die Einlagerung bezahlen über die Zeit, haben aber auch keine Einnahmen, weil sie die natürlich nicht ausstellen können und jemand zum Spielen vorbeikommen kann. Dann müssten sie die irgendwann wieder auslagern, eine neue Location finden und so weiter. Also deswegen, wenn ihr jemanden kennt, wenn ihr eine Location kennt im Raum Karlsruhe, nehmt Kontakt auf mit den Leuten vom RetroGames e.V. Spread the Word, wie man so schön sagt, teilt das auch mit allen, die ihr kennt. Die Jungs und Mädels brauchen wirklich Hilfe und es wäre unfassbar schade, wenn der RetroGames e.V. so wie er in seiner heutigen Form ist, also mit dieser riesigen Ausstellung von Arcade-Automaten verschwinden würde. Da wäre ich persönlich sehr traurig. Und ihr könnt euch auch einfach nochmal auf dem Kanal umschauen. Wir haben den RetroGames e.V. besucht. Es gibt eine Menge Videos und ja, die werden euch auch nochmal einen Eindruck vermitteln, wie es eigentlich dort ist, warum das was Besonderes ist und ja, warum die Leute es einfach auch verdient haben, dass man sie unterstützt, dass man versucht, ihnen zu helfen. Und es wäre einfach schön, wenn sie was Neues finden würden. Lieben Dank. Vielen Dank.